Hi liebe Leute, mein Name ist Max, ich komme aus Neuss. Jetzt gerade bin ich in London. Ein paar von euch haben sich bewundert, haben gesagt, bist du immer noch da? Weil ich ja vor ein paar Wochen mit dem Marc von Fonk hier gewesen bin. Und nein, ich bin wieder hier, weil ich diesmal Niki begleite, die hat hier einen Auftritt. Und ich habe die Stadt schon ganz schön lieb gewonnen, deswegen verbringe ich hier auch gerne Zeit. Da hinten ist wieder der Chart, auf dem ich ja auch schon drauf war und auf den ich jetzt nochmal drauf gehen werde mit Niki. Wenn ihr in London seid, kostet es zwar wirklich 30 Pfund, aber kann man sich geben. Das nur als kleines Intro. Die Idee für dieses Video hier ist mir gekommen, weil ich bin ja quasi von dieser London-Reise mit Fonk zurückgekommen. Habe dann irgendwie mein Musikvideo Ende der Welt so ein bisschen zusammengeschnitten. War übrigens mein erstes Greenscreen-Video und habe das dann hochgeladen. Und ich meine, das kam auch gut an, hat jetzt schon über 1000 Daumen hoch und so weiter. Und ich danke auch den Leuten für den Support. Aber da kam halt ein interessanter Punkt, fand ich, zu dem ich mich gerne äußern würde. Und zwar haben viele Leute kritisiert die Greenscreen-Arbeit. Haben gesagt, oh, lass das lieber, das sieht billig aus oder das passt nicht zu deinem Stil oder das ist nicht authentisch und so weiter. Und ich würde dann gerne mal die Frage in den Raum werfen, was ist YouTube? Was YouTube bedeutet, also zumindest für mich bedeutet YouTube auf jeden Fall, sich selber auszuprobieren. Auch wirklich die Betonung auf selber, selber etwas zu machen. Und ich kann halt dazu sagen, auch bei dem Video war es so, Nico hat den Beat gemacht, Niki hat die Kamera gemacht. Ich habe Text geschrieben, das Ganze aufgenommen und dann das Video halt geschnitten. Das heißt, es kommt alles irgendwie von normalen Menschen. Und das, finde ich, ist auch der Charakter und der Charme, das, was YouTube ausmacht. Das ist das, was mir an YouTube sehr gut gefällt. Es gibt ja auch genug Kritik an diesen ganzen professionellen Formaten. Es gibt auch viele YouTuber, egal ob das Ray William Johnson zum Beispiel ist in Amerika oder Y-Titty in Deutschland, die auch jetzt sagen, okay, wir fahren wieder ein bisschen zurück und werden wieder Realer und machen wirklich das, was uns selber gefällt und das, was aus uns herauskommt. Und das finde ich sehr wichtig. Wisst ihr, Künstler oder Leute, die sich halt ausdrücken, sind immer so, dass sie Sachen sehr an sich ranlassen auch, weil wir auch davon profitieren, Dinge zu reflektieren und so weiter. Und ich wollte euch nur sagen, einfach den Leuten, die da so kritisieren und so, ich kann sowas nicht an mich ranlassen. Ich möchte aber auch nicht, dass ihr das als Arroganz empfindet. Aber wenn ich zum Beispiel zurückschaue, ist ein Video wie zum Beispiel Trauerspiel ganz anders als ein Video wie zum Beispiel Unsichtbar. Oder ein Video wie Dein Licht ist auch wieder ganz anders als Menschen wie wir. Und natürlich gibt es da Parallelen. Und auch Ende der Welt ist zum Beispiel, war einfach für mich wichtig, da wirklich schöne Bilder reinzubringen. Da einen geilen Song zu machen. Und ich stehe halt voll dahinter und ich probiere mich super gerne aus und mache halt solche Sachen, die einfach mal anders sind. Aber ich habe auf jeden Fall nicht diesen Anspruch der Perfektion an mich. Und da fällt mir gerade auch eine Sache ein. Sascha von den Außenseitern hat mal in dem Film Therapie gesagt, mit dem Drang nach Perfektion kam das Unheil in die Welt. Und das möchte ich unterstreichen. Und da möchte ich halt einfach den Leuten sagen, seht das bitte nicht als Arroganz, dass mir solche Sachen egal sind. Aber ich habe noch, das war mein allererstes Greenscreen-Video, was ich selber bearbeitet habe. Und ich bin da halt voll stolz drauf und freue mich darüber. Und ihr solltet das auch tun. Und wenn nicht, freut euch auf das nächste Musikvideo. Und ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was YouTube für euch ist und wie ihr die Entwicklung seht und was ihr euch da vielleicht wünscht. Und jetzt fängt es gerade mies an zu regnen. Ich gehe mal weiter und ich danke euch. Mein Name ist Max, ich komme aus Neues. Bis Spiderman.